Ja hallo, Starfox Gaming hier. Heute mit einem Apex Legends Leak Video. Und zwar, ihr wisst es eh, nach jedem Update, da graben die Dataminer so richtig tief in die Dateien hinein und die haben natürlich wieder allerhand gefunden. Das möchte ich euch heute in diesem Video zeigen. Ich beginne gleich mal mit der Gibraltar Edition. Ihr seht es eh hier, da gibt es eben diesen Gibraltar Skin. Dazu gibt es dann diesen Spitfire Skin, ein paar Münzen und diesen Waffenanhänger. Und ich denke mal, wird ähnlich wie die anderen Editions dann circa um die 20 Euro kosten. Weiter geht es mit dem nächsten Erbstück. Das soll jetzt diesmal angeblich die Bangalore bekommen. Hier seht ihr dieses Messer. Viel mehr habe ich da leider noch nicht dazu. Und auch zum nächsten Downtakeover gibt es noch nicht viel Neues. Allerdings soll es der Acoustic bekommen und das soll beim Water Treatment stattfinden, also diese Wasseraufbereitungsanlage. Die nächsten zwei Twitch Prime Skins sind auch bekannt. Einmal eben für Fuse, der neuen Legende. Und einmal für Octane, der soll diesen hier bekommen. Hier in diesem Violett gehalten. Sehen ganz nett aus, die zwei. Und auch für die neue Waffe, die 3030 Repeater, sind vier neue Recolors geleakt. Und die sehen auch ganz nett aus, finde ich. Dann bekommen wir demnächst einen Anivisory Event, denn Apex Legends feiert Geburtstag. Das wird jetzt zwei Jahre alt, am 4.2., wenn ich mich nicht täusche. Und da kommt jetzt eben das Anivisory Event, eben am 4.2. oder am 9.2., das ist jetzt noch nicht ganz sicher. Und da gibt es wieder eine Menge Skins zum Freischalten. Und natürlich, wenn ihr alle Skins kauft, bekommt ihr natürlich wieder ein Erbstück. Diesmal könnt ihr euch dieses Erbstück allerdings aussuchen, denn ihr bekommt eben diese Erbstück-Splitter dafür. Das heißt, einfach mal 250 Euro in Skins investieren und ihr bekommt gratis ein Erbstück eurer Wahl. Nice! Die ganzen Anivisory Skins, die lasse ich euch jetzt mal durchlaufen. Das sind eben alles epische und alles legendäre. Ja, viel Spaß beim Ansehen. Ich mache ein bisschen Mucke. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Ciao, bis zum nächsten Mal eben. Euer Starfox. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.